Wie die Fläche hier ist? Die Fläche ist eigentlich... Geht doch von der B bis hier zu der Ecke hier, ne? Ganz genau. Ganz genau. In der Mitte ist alles... Ich weiß nicht, wir wollen uns die Fläche wegnehmen. Du bist großartig. Dann bist du großartig. Es gibt so viele lachen. Ich bin los, die Fläche herdrückt. Das ist großartig. Ich bin sicher. Du bist großartig. Heute schaffen wir wirklich 1000 Tonnen vom Feld ins Silo, bauen die schön ein, bauen einen schönen Haufen, decken den nachher ab und ich freue mich schon auf das Abendessen heute Abend, wo wir alle mit einem Bierchen aufeinander anstoßen und stolz sind auf das Werk, das wir geschaffen haben. Untertitelung. BR 2018